Ich bin Jana Fischer, Snowboarderin und bin diese Saison im Snowboard Cross für den Run-Weltmeisterin geworden. Ich würde schon sagen, dass man so eine kleine Pistensau sein muss. Im Snowboard Cross haben so ganz zurückhaltende und ganz schüchterne nicht die allerbesten Chancen. Also ich habe ein ziemlich gutes Brettgefühl, was gerade, wenn es viel ums Gleiten geht, taucht mir ganz gut, weil ich eben ein gutes Brettgefühl habe. Und beim Wettkampf jetzt im Snowboard Cross macht es halt unheimlich viel Spaß, einfach gegeneinander zu fahren. Man sieht direkt, wie man steht, wenn man zu viert oder auch zu sechs gegeneinander fährt. Und vielleicht auch einfach ein bisschen so der Adrenalinkick. Jetzt abstimmen wir nicht.